Hi, ich bin Leon und ich würde euch gern was über Freiheit erzählen. Als erstes, was bedeutet Freiheit für mich? Freiheit in anderen Ländern. Ja, und Freiheit in Deutschland. Als erstes, was ist Freiheit für mich? Auf jeden Fall lange ausschlafen und ja, einfach schlafen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und keiner, der in mein Zimmer platzt und Räum dein Zimmer aufbrüllt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Das finde ich ganz gut. Und einfach, dass ich Sachen ausprobieren kann und dass ich einfach machen kann, was mir Spaß macht. Freiheit in Deutschland. Deutschland ist ja eine Demokratie und da kann jeder mitbestimmen. Auch wenn ihr jetzt denkt, Merkel macht nicht so viel für eure Freiheit. Aber es gibt ziemlich viele Menschen, die was für eure Freiheit tun. Und Freiheit in anderen Ländern. Wie gesagt, eine Demokratie ist gut und die USA hat auch eine Demokratie und da haben die auch viel Freiheit. Aber Länder mit Diktatoren sind nicht so gut, weil die lassen ihr Volk nicht mitbestimmen. Und in so einer Diktatur würde ich auch nicht leben wollen. Das wäre blöd. Ja, das war's. Ja, nehmt. Ja, nehmt. Ja, nehmt. Ja, nehmt. Ja, nehmt. Ja, nehmt. Vielen Dank.